FRIENDER PIEGAMES Ja, ein Tacken, ein Tacken leiser, ja. Ja, wir machen einfach mal, mal gucken. Fünf Nächte in Schrecks Hotel. This horror game includes flashing lights and jump scares. It's a horror game. Flackernde Lampen und Schreckmomente. Offensichtlich, weil es ist ja ein Horrorgame. You're just another homeless customer, just like before. Du bist nur ein weiterer obdachloser Kunde, so wie die anderen auch. You only have to stay. Du musst nur fünf Nächte bleiben. Du weißt, das wird in Ordnung sein. Das war's doch immer. Nacht 1. Ich denke, es ist ein Abklatsch von Five Nights at Freddy's. Ich hab's nie gespielt, ich bin aber auch nicht gut in sowas, ne? Oh, and now there, welcome to Schrecks Hotel. How can I help you? Wie kannst du mir helfen, ja? Bye, can I get a room for five nights, please? Ich möchte gerne ein Zimmer für fünf Nächte, bitte. Sure, wir haben ein empty room on the second floor. In der zweiten Etage, oder da ist es wahrscheinlich die erste, äh, ein freies Zimmer, okay. Toilette können wir auch nicht. Oh, okay. Okay. Hallo? das ist mein zimmer ich habe dich doch gesehen ich kann nicht springen excuse me where is the toilet das wusste ich der toilet is over there don't you dare be sing on the walls nein nicht so bad ok wieso ist die toilette mit tapeband ich frage mich jetzt bin ich so klein wieso kann ich mir keine hände waschen das ist alles so hier ja was denn was denn wenn hier nichts funktioniert was soll ich denn tun wie haben Sie oft die Entschuldigung. Oh, weiß ich, dass ich fertig bin? Oh. Okay. Oh nein, warum weinst du? Was ist denn hier los? Warum ist der immer noch so? Wer war das? Okay. Der sah gruselig aus. Ich weiß ja nicht. Komm doch raus. Ich geh einfach weg. Ich war das nicht. Oh. Alter. Okay. 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 Ich glaube, ich werde es dann lieber verstecken. Oh. 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 er hat doch irgendwas daran gemacht I don't feel sleepy. Maybe I should take a look at the paintings Finding paintings skipped on the sign. Oh No, what have I done? I should do something. Oh That was close Okay Who could it be How could I help? That's just chicken and that's some noise coming from upstairs I didn't hear anything Hey, I'm not scared. Are you sure? Yeah Yes, everything is fine All right, good night then Yeah, good night Okay Okay Was hat er dir erzählt? Hallo? Oh, du siehst ja, wie das? Was sollte ich essen? Pizza, Bananen, Burger, chinesisches Essen Kann ich mir das nochmal anschauen? Kann ich mir das nochmal anschauen? Kann ich ja nochmal, hä? Ähm Wo ist meine Maus? Oh, oh Wo ist meine Maus? Wo ist meine Maus? Hier ist meine Maus So Kann ich mich zu ihm setzen? Hey, how are you doing? Hi I'm Cole Cole Nice to meet you, Cole 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 Das tötet Menschen Will ich noch mehr essen? Will ich noch mehr essen? Hi Hi Nee Okay Bestimmt hat der Lebkuchenmann das Bild schon bei mir gefunden und hat mich verpetzt Okay Mir fehlt noch eine Nacht Ich habe nach vier Nächten habe ich einmal oder in vier Nächten habe ich einmal was gegessen War einmal auf dem Klo? Ja, aber das Gefühl, dass es jetzt vielleicht schlechter werden könnte Okay Okay Bring them upstairs Also er ist so auf mich Weil ich das zu seinem Äh Weil ich das seinem Großvater irgendwas hier angetan habe Ja, wo soll's denn hin? Mhm Achso Und als Strafe muss ich jetzt die Nachtschicht äh Machen Ich habe ja vor, dass er mich nicht frisst Carl Hey, how are you doing? Hello, I'm fine Do we need any help? Ach Thanks, it would be great if you could bring a box upstairs Das... Nee, lass das mal lieber Wir sollen das machen Du machst bestimmt was kaputt Good boy Good boy Now you can go sleep Danke Was fühlt sich denn der Smartzweger da und angesprochen Ja Nathan Ich weiß nicht, können wir nicht einfach weiter schlagen? Carl? Carl? Karl, das tötet Menschen. Ich wusste es doch. Oh mein Gott, Karl. Sollte das so sein? Oh. Äh, ich fühle mich stark. Ich fühle mich stark. Okay. Gibt es in mir Rennen? Ändert das was? Oh, okay. Wir fühlen uns stark. Das Karl. Ich fühle mich stark. Okay. It says on the back to not drink more than once in your lifetime. Was? Was ist das für ein... I might overdose. Oh. Oh, oh. Take one but don't drink. Okay. Here, take this energy drink and drink it. Okay. Oh, Gott. Ah, ich jetzt bin ein bisschen zu spät. Ich hoffe, nicht. Hm, hm. 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 Ich kann nichts mehr tun. Boah, Karl. Ja, aber bald jemand lieber. Pau, 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 pau. Nein. O-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H! Okay. Hey, thank you for playing. I hope you enjoyed the game. Don't you dare to not subscribe to our website. Was ist, wenn ich den zweiten Drink selber getrunken hätte oder Carl nicht gerettet hätte? Das müssen wir jetzt eigentlich noch ausprobieren. Jetzt wissen wir ja, es geht. Ich hätte gerne irgendwie eine Speicher-Checkpoint-Funktion gehabt. Komm, ein bisschen schneller jetzt hier. Ja, 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 press in. Hm? Warum? Bewegt dich. Oh, hello there. Willkommen zu Schreck's Hotel. Wie kann ich dir helfen? Hi, kann ich einen Ruhm für fünf Nights, bitte? Sure, wir haben ein Antirum auf dem zweiten Flan. Hm? Hm? Wie? Wie? Hm? Hey, are you okay? Hi, I work here. Just cleaning up a messin' up room. Du hast die Stimme von Micky Maus. Hm? Hm? Ich will da mit rein. Ich will da mit rein. Hm? Okay. Hm? Ah, I need to take a dump before sleep. Gut, wir gehen wieder kacken. Entschuldige mich, wo ist das Toilet? Das Toilet ist da oben. Don't you dare be singing on the walls. Nein. Nein. Niemand. Kann ich... Könnte ich denn irgendwas anders machen? Nee. Entschuldigung. Und ich könnte versuchen, das Bild nicht zu verstecken, sondern weg zu rennen. Boah, die Tür hier aufmachen, wenn das halt schon ausreicht. Ich bring dir dann dafür Carlo. Ja, ist super leid. Jetzt musst du helfen, den Toilet flottieren. Hm? 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 das scheint wohl nicht zu funktionieren ah ok ja ja was that I don't feel sleepy maybe I should take a look at the paintings oh no what have I done I should do something oh that was close who could it be how could I help just chicken I didn't know it you sure yes I'm ready to decide mich für chinesisches essen hey how are you doing hi I'm cold nice to meet you ah cool das tötet menschen oh hey das äh 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 did you do this to my great great grandpa picture of course I have had enough of your troubles now you must pay this off by working a night shift for me go downstairs and bring the boxes upstairs then put them in the warehouse okay ich Ja ähm warumここ woher kommt karl denn gleich ja sowas witzig kannst du es ist denn hier eigentlich noch so Uh ich muss dich fragen hey how are you doing hello i'm fine do you need any how thanks it would be great if you could bring a box upstairs there was a flood good boy now you can go sleep thank you what's going to be here with this Hätte ich das vermeiden können, muss ich doch nicht. Nacht 5. So. Gut, keine andere Möglichkeit. Ich muss diesen Drink trinken. Nehmen wir jetzt ein paar Arten. Ah, ich fühle mich stark. Ja. Ich fühle mich wieder weich. So, jetzt ist die Frage. Ich kann auch nicht speichern, ne? Ne. Wenn ich jetzt... ...zu ihm gehe. Oh mein Gott, du bist alive. Danke Gott, ich dachte, du warst tot. Lass mich sehen, ob ich etwas finden kann, um dich frei zu lassen. Wenn nicht. So. Okay. Das heißt, ich muss. Aber ich könnte ihn ja diesmal selber... It says on the back, I might overdose. Ja. Ach so. Geht nur so. Ist das so? Ich fühle mich stark. Reden wir trotzdem zuerst nochmal mit ihm. Dann gehe ich nochmal zum Gitter da ein Stückchen weiter. Um sicher zu gehen, dass ich wirklich alles gesehen habe. Cool. Oh mein Gott, du bist alive. Fank, lass mich sehen, ob ich etwas finden kann, um dich frei zu lassen. Ich presse eh... Ja, das ist nämlich ein Fehler, ne? Aha. It says on the back to note, I might overdose. Ich denke, ich denke, ich bin mit nach da dran. Hier, take this energy drink and drink it. Okay. Did, 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 did. Hier steht halt. Ja, okay. Wir haben das Ende ja gesehen. Na, Magical rettet uns. Ja. Dann... Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.